Guten Tag, lang ist her, aber es wird mal wieder Zeit für eine Challenge und viele von euch haben ja damals schon gefragt, ob ich mal Pistol-Only spielen will und das werden wir heute machen. Ich habe ein Setup bei den Deutschen auf Tier 2, habe mir jetzt keine bestimmte Pistole rausgesucht, ich habe alles mögliche dabei, aber ich mag die deutschen Pistolen eigentlich, deswegen werden wir die jetzt auch benutzen. Ich habe meine Bots auf Passiv, dass die mir nicht auf den Sack gehen, aber die machen eh keine Kills mit der Pistole, deswegen sehen wir mal, wie viele Kills mit Pistole wir in der Runde zusammenkriegen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie viele Kills ich schaffen werde und dann gehen wir rein. Da haben wir direkt ein Match gefunden auf Lebré, gucken wir mal, ist vielleicht nicht die schlechteste Map tatsächlich dafür. Wir kommen einfach mal, mit welchen Trupp kommen wir eigentlich rein, ist eigentlich gerade egal, nehmen wir Ottschlecht, da ist der Name auf jeden Fall Programm. Ich habe ja damals schon mal eine Nagant-Only-Challenge war das glaube ich, wo der gute Membuto auch mitgemacht hat, war eigentlich ganz witzig und da haben die Leute ja damals schon geschrieben, dass ich mal eine Normalpistole-Only machen soll, weil Nagant-Revolver ist halt der größte Urkack eigentlich, den es gibt im Spiel. Deswegen denke ich mal, das wird wesentlich angenehmer laufen, ich glaube damals hatte ich nur 20 Kills oder 21 irgendwie so. Aber jetzt schauen wir mal, der hat eine P-38, die P-38 bei den Deutschen mag ich zum Beispiel sehr. Ich hätte auch Amis spielen können, weil die haben halt auch gute Pistolen eigentlich mit der 1911 und der Browning. Oder halt Colt-Schwarz, das Ding ist halt komplett OP, aber die hätte ich natürlich nicht genommen. Aber die deutschen Pistolen sind eigentlich ganz okay, die Pistolen allgemein im Spiel könnten ein bisschen mehr Schaden machen, dann wäre ich auf jeden Fall viel glücklicher. Aber jetzt gucken wir mal, wir müssen attacken, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Ich laufe vielleicht erstmal hinten rum. Oh, da kommt auf jeden Fall schon Arti runter. Kurz die Bots hier parken. Ich höre auf jeden Fall auch einen Spam-Punkt. Gucken, direkt meinen ersten Kill ranholen hier. Oder auch nicht. Ach du Scheiße, da kommt Truppransporter. Ah, wow. Da ist auf jeden Fall der Spam-Punkt. Wir werden auch übrigens auch keine Granaten benutzen. Und keine Arti. Sonst hätte ich denen nämlich jetzt direkt ein Spreng-Paket ins Maul geschmissen erstmal. Ah, der hat... Jetzt sneak bei uns, nehme ich hier durch. Komm her, du Saftsack. Hä? Ist der gerade einfach despaunt oder was? Habt ihr was gesehen? What the fuck? Habt ihr einfach mal kurz den John Cena gemacht, Alter. Gidi. Oh, da lag auf jeden Fall eine AP-Mine. Junge. Fuck, der ist hinter mir irgendwo. Gott. Kommt der nochmal? Alter, verreck halt. Was ist mit dir? Wo ist die... Ich brauche noch Phosphor-Granate. So ein kleiner Drecksack. Ging's denn jetzt? Ah. Gott, sind das viele. Ich würde da jetzt so gerne eine Granate rinschmeißen. Aber dort machen wir natürlich nicht. Da ist APC, machen wir kaputt. Sowas wollen wir hier nicht haben. Der hat mich nicht gesehen. Ich würde halt ganz gerne den Spomb-Punkt hier rausnehmen. Oh Gott. Das wäre halt so ein Luxus, wenn die Pistolen mehr Schaden machen würden. Also ein bisschen mehr. Was pistolmäßig eine ganz gute Referenz wäre. Wer, ähm... Weiß nicht, wer von euch Battlefield Bad Company 2 gespielt hat. Okay, den Spawn haben wir schon mal. Oh Gott, hat der mich... Den habe ich gar nicht gesehen, ne. Ähm, Battlefield Bad Company 2. Da haben Pistolen richtig viel Bock gemacht, auf jeden Fall. Aber die haben auch wesentlich mehr Schaden gemacht. Oh Gott, ey. Das wäre schon wieder richtig, richtig stressig hier, die Runde. Okay, nächste Pistole. Was haben die? Ich glaube, die haben eine Mauser. Alter, wir haben keinen Spawn-Punkt. Ah, ne, wir haben gerade den einen. Aber jetzt müsste doch eigentlich der eine Punkt aufrücken, oder? Ja, nein, vielleicht. Bitte? Ich will nicht so weit laufen. Ach, leck mich doch am Arsch. Dann laufen wir halt. Die Luger ist halt auch ganz geil eigentlich. Die habe ich auch als gravierte Event-Pistole. Sieht dann recht sexy aus. Jetzt im letzten Event, da gab es ja auch die Pistolen. Beziehungsweise eine Pistole leider nur. Da habe ich mir die für die Russen, glaube ich, geholt. Weil das war die einzige, die mir noch gefehlt hat. Wir laufen jetzt mal hier außen rum. Ach, da war das ABC. Der ist natürlich auch super eingeparkt jetzt auf jeden Fall, das Ding. Das ist unser Kamerad. Ist schon wieder Hälfte tot vom Pupp hier. Junge, ist das laut. Knab ihn dir, Tiger. Wo ist der Feind? Fuck, da steht ein Panzer. Ist doch bestimmt schon wieder ein Spawnpunkt drin, oder? Nee. AP-Menü? Gegner? Irgendwas? Dann gehen wir cappen, oder? Wie sieht es aus? Ich bin drin. Wo seid ihr? Mittendrin statt nur dabei. Wie sieht es denn aus? Wäre halt witzig, wenn ich jetzt mit der... Oh, Karnatte. Ja, komm, komm, rein. Der hat ja mir einen Kill geklaut, ey. Weil es ist witzig, wenn ich mit der ganzen Aktion echt Platz 1 im Team werde. Oh, der war schön. Schmeißt einfach mit Granaten. Macht man doch nicht. Ich mag die Luger. Ist irgendwie eine geile Pistole. Weiß auch nicht. Pumpe. Warte, warte. Wohin, wohin. Nein. Da war ein Mund leer. Los, Ralf. Ralf, reicht's. Alter, das Ding hat eine Feuerrate. Ich hoffe, man hört nicht allzu doll klicken hier. Alter, verreck jetzt. Was ist schon mit ihm? Machen wir es halt so. Wir haben den Kontrollpunkt erobert. Also, ich glaube, mir haben sie das nicht wirklich zu verdanken. Ich sag ja, die Pistolen machen viel zu wenig Schaden, ey. Wenn du da nicht direkt ins Maul schießt, dann hast du halt echt ein Problem. Oh, bin Platz 1 mit 21 Kills. Easy. Die haben, glaube ich, schon mal mehr gemacht, als mit einem Nagant-Revolver. Damit es das Ziel schon mal erfüllt. Kommen wir mal mit dem Trupp. Was haben die? Oh, die haben P-38, sehr schön. Boah, jetzt dachte ich gerade, du warst ein Gegner, ey. Wupf. Ah, okay. Hat sie erledigt. Ich glaube, Quattro hat sogar auch mal ein Pistol-Only gemacht, damals in Berlin. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie das so gelaufen ist bei ihm. Oh, da steht ein... Ja, boah, da steht ein Sherman, da kann ich nichts machen. Echt jetzt. Weißt du, ich spiele mit Pistolen, einer kommt mit dem Granatwerfer, der kleine Pisser. Oh Gott. Zwenig. Wenn du den Sherman hier reinholst, dann bin ich sowieso weg. Hier war... Hast du so... Oh Gott. Klassiker, wenn du nachladen willst und dann hat er noch einen Gegner. Könnt ihr bitte den Sherman wegmachen? Ich darf es nicht. Leider. Den Sherman mit der Pistole... Hätte Sturmpistole auch gezählt. Aber ich glaube, ich habe keine Sturmpistole dabei. Und es ist ja an sich keine Pistole, also... Ich denke, das lassen wir mal nicht gelten. Weil es halt schon witzig wäre. Ja, rappelt es. Ich renne da jetzt einfach rein. Oh Gott, hier ist ja voll, voll. Kuckuck. Ich bin der Neue. Autsch. Ist hier oben jemand? Da oben sind auf jeden Fall einige. Das wäre so schön, wenn man da jetzt einfach Granaten reinschmeißen könnte. Nee. Nicht das machen. Lass meinen Torsten in Ruhe. Einmal. Oh, der war schon tot. Fuck. Was ist der andere? Zweimal. Ja. Und clear. Jetzt verstecken wir uns hier hinten, hinterm Schrank. Und versuchen mal zu cappen, das Ding. Ja, 25 Kills. Ist ja okay. Komm, komm, komm. Jetzt nachladen. Von hier aus klatscht mich der Panzer wahrscheinlich nicht weg. Das ist schon mal ganz gut. Das ist ja echt ewig her, wo ich die ganzen Challenges gespielt habe. Das wird auf jeden Fall echt mal wieder Zeit, dass wir das mal wieder angehen. Da habe ich auch noch einige witzige Vorschläge von euch erhalten. Die habe ich mir alle mal notiert, weil ich da damals nämlich viel zu faul war irgendwie. Und das dann alles nachträglich rausnehmen musste. Aber jetzt versuche ich da mal ein bisschen Ordnung reinzubringen hier und den ganzen Spaß. Wir kriegen den Caps sogar. Und hopp. Easy. Weiter, weiter. Oh. Oh Gott. Oh, da hat wieder irgendein Lappenbomber gerufen. Das habe ich doch immer sehr gern. Ich könnte mit dem APC auch kommen. Die haben auch alle Pistolen. Aber normal müsste der Spawn doch auch nachrücken jetzt, oder? Komm. Das dauert doch mal ewig, bis die Spawns nachrücken, ey. Danke. Guck mal, mit dem. Was habt ihr? Auch eine P-38. Okay. Oh Gott. Ja, ich würde den Panzer gern kaputt machen. Egal. Wir lassen den Panzer Panzer sein. Aua. Wo ist er denn? Alter. Schluckst du, verreck jetzt. Wo ist der andere jetzt? Oh Gott. Hau ihn um. Oh Gott. Ihr seid eine Enttäuschung. Wo ist der Typ? Oh, da war noch einer. Mehr. Saftsack. Ja. Das ist nur die Frage. Oh, Bombe. Ist hier auch noch einer, oder? Waren das jetzt alle? Sieht man ganz... Ah, nee. Da oben ist noch einer. Oder? Da hat doch gerade irgendeiner geschnippt, so wird. Oder? Ich dachte, hier hat gerade einer geschossen. Ah. Sind nicht mal unsere Bomber im Moin. Und sie sind ja nicht trotzdem weg. So. Ähm... Ich weiß nicht, ob ich einen APC stellen soll. Vielleicht nicht die dümmste Idee, oder? Wobei das deutsche MPC so lang... So lang am Arschig. Wahrscheinlich wird es eh weggebombt. Aber wir versuchen es mal. Dass wir wenigstens für unser Team da mal ein bisschen was leisten. 30 Kills. Ist okay. War schon schlechter auf jeden Fall. Muss ich mal gucken, ob ich mit dem Ding hier durchs Gelände komme. Erstmal ein Schlückchen Aiming-Getränk. Vielleicht hilft es ja. So. Ja, renn mir vor das Auto, du Vollidiot, du. Scheißegal. Ich fahre euch halt um. Eine Horde an Schwachköpfen hier, ey. Darf ich das Ding da in die Senke irgendwie reinstellen? Dann stirbt es vielleicht nicht direkt. So. Oh Gott, da oben. Peng, peng, peng. Wollt ihr mir kurz aus dem Weg gehen? Gewehrgranatwerfer. Ich hasse diese Dinger so sehr. Habe ich, glaube ich, auch... Habe ich da nicht auch schon mal so... ...so eine Noob-Runde gemacht, wo ich mit dem Gewehrgranatwerfer rumgepimmelt bin? Alter, sind das viele? Mein weg. Geht das war einer? Zwei. Drei. Der ist tot? Da lebt auch noch einer. Ah. Wahrscheinlich war es der. Aber siehst du, jetzt haben wir ein Span-Auto. Weil unsere Leute bauen auch irgendwie gar keine Spans. Aber die kommen trotzdem gut durch. Was mich tatsächlich irgendwie wundert. So. Hopp. Raus da. Da ist ein Panzerlieb. Das ist natürlich schlecht. Geht mal hier unter die Brücke. Und dann gehen wir rein. Den Panzer ignorieren wir jetzt einfach. Das hat sogar funktioniert. Ah. Los, schnapp sie dir, Tia. Oh Gott. Der ist down. Das ist abnormal. Wow. Verpiss dich jetzt. Hedge out. Fuck. Nächster. Oh Gott. Wo rennt der rum? Aber wir kommen durch. Das ist schon mal nicht schlecht. Sagt, ein bisschen mehr Damage wäre sexy. Aber man kann nicht alles haben. Lass mich in Ruhe. Oh Gott. Was ein Chaos. Aber die Gegner sind auch maximal Lust gerade irgendwie. 40 Kills. Ich würde so lachen, wenn ich tatsächlich auf Platz 1 lande mit dem ganzen Spaß hier. Das wäre halt echt peinlich für die Gegner. Die Mauser ist eigentlich jetzt echt keine schlechte Pistole. Aber ich mag sie tatsächlich nicht so. Schönefeindliche Bomber. Kein Wunder, dass sie auf den Sack kriegen. Da gefällt mir die Luger, beziehungsweise die Per 38 tatsächlich besser als die Mauser. Die Mauser hat zwar mehr Muni, aber keine Ahnung. Irgendwie fühlt die sich kacke an, finde ich. Da hinten gammelt auch schon wieder irgendwo einer rum. Oh, nicht das machen. Ach du Scheiße. Alter, sie sind ja doch vollkommen hier hinten im Busch. Hä? Als ob die hier hinten hocken. Alter! Wo gammeln die denn rum? Oh Gott. Sack ja. Mit der Mauser geht bei mir irgendwie nicht so viel. Kopfschuss. Aha. Das Ding macht halt gar keinen Schaden. Ah. Nein, da war ich tot. Verdammt. Junge, die kommen ja richtig, richtig, richtig gut voran hier. Weil deutsche Sprache, schwere Sprache. 48. Ja, ich glaube, den hole ich nicht ein. Aber der gammelt auch im Panzer. Mal kurz warten. Vielleicht rückt der Spahn jetzt nochmal nach. Dann bin ich glaube ich weiter vorne als mein Spahn-Auto, oder? Hallo? Wenn es schnell geht, macht nichts. Ja, okay. Da ist es jetzt auch nicht so prickelnd. Jetzt gucken, wo die Bombe runterkommen. Dann warten wir nämlich noch kurz. Nee, Mann. Alter, er fliegt da mit dem Doppeldecker. Oh Gott. Alter, wo die überall ihr Zeug rumstehen haben. Was sind das für Kacklappen? Die sollen lieber ihren scheiß Punkt verteidigen, Alter. Statt hier am Rand der Map rumzuschimmeln. Oh Gott, Alter. Ich weiß, ey, wie sie jetzt weg. Okay, ist sie schon dort. Passt. Junge, Junge. Die sind ja überall außer auf dem Punkt. Los, Erik. Wollen wir unseren Team mal kurz ins Gefallen tun und dann Spahnpunkt bauen. Platz 3 wäre auch noch okay. Geh mir halt aus dem Weg, du Affe. Mein Gott. So. Jetzt gehen wir da rein und cappen einfach. Oh Gott. Ist das unsere Artie? Bin drin. Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Hier oben, oder? Oh. Gott, ich dachte, das war einer von uns. Ei, ei, ei. Das läuft ja wie am Schnürchen hier. Kann ich den Spahn benutzen? Das wäre schön. Und er ist weg. Oh, oh. Bombe. Och, meine Fresse. Ist das belastend schon wieder hier. Pass mal auf, das machen wir ganz einfach. Kommen wir da jetzt mit einem falschen Mega runter. Die haben schließlich auch Pistolen. Kann ich nochmal ein Schlückchen trinken? Weiß man nicht, was die für Pistolen haben. Wahrscheinlich eine Beretta. Weil Italiener und so. Ja, solid. Ah. Warum bin ich jetzt wieder Platz 2? Wegen meinem Zweifelpunkt wahrscheinlich. Also wenn ich unter die Top 3 komme bei der Runde, dann ist das eigentlich schon ein gutes Ergebnis. Ich glaube, Platz 1 wird ein bisschen schwer. Aber bis jetzt läuft es ja gar nicht so beschissen. Haben die eigentlich den Perk für weniger Fallschaden? Das werden wir gleich sehen. Ah. Okay, passt. Rein da. Einmal. Oh Gott. Das war jetzt nicht so gut. Fuck. Oh, der hat sogar eine Mauser. Ich würde das so gerne einfach Granaten reinschmeißen. Ich hätte das so viele Kills schon holen können. Oh Gott, das ist unser. Ja, bleib ruhig draußen stehen, wenn eine Bombe runterkommt. Oh. Das war schön. Das war schön. Fuck. Das haben wir nur angefrackt. Komm, du Sau. Ach, der hockt ja da in der Ecke. Wie gesagt, ich müsste nur eine Granate hochschmeißen. Ey, ich hätte direkt so viele Kills. Ist da gerade... Er ist einfach an mir vorbeigerannt. Warte, ich muss nachladen. Ey. Soll es nicht schießen. Wo ist der jetzt? Der eine schimmelt immer noch da oben. Safe. Hey. Ah, ne. Passt. Ist down. Fuck. Kommt safe gleich in eine Granate reingeflogen. Hammer. Hammer auch. Loll. Feindliche Bomber. Oh. Nein, ich habe keine Muni mehr. Fuck. Ist hier irgendwo ne... Aua. Ich brenne. Lösch dich. Ohne Muni-Kiste. Habt ihr irgendwo ne Muni-Kiste? 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 Kleingeld? Bisschen Kleingeld? Verdammt. Machen wir es halt so. Ich hätte den Caps von er mitnehmen können, aber ich will da einfach wieder ein bisschen Gas geben. Jetzt warten wir kurz, bis der Punkt Caps ist. 58 Kills. Ja, ich bin echt... Alter. Ich mache im Endeffekt... Ist das ne durchschnittliche normale Runde von mir. Und das mit Pistol-Only ist ja jetzt mal nicht so schlecht auf jeden Fall. Ja gut, das Spawn-Auto, da bringt's mir jetzt auch nicht so. Rückt der Spawn jetzt nochmal nach, oder... Sind das... Na komm, wir gehen da einfach so rein. Scheißegal. Was haben wir denn da? Laufen wir halt ein bisschen. Bisschen joggen. What the fuck? Schießt da noch rum. So... Oh, guck mal, da oben. Gammeln sie im Haus. Ich hätte lacht, wenn ich denen jetzt einen Headshot gedrückt hätte. Kommt. Fuck. Wär schön gewesen. Geh jetzt mal ein bisschen Deckung. Was die Bombe rufen. Sackt schon wieder alles über die... Intelligenz der Gegner aus. Guck dir in Reihen, das Haus, ob da noch was ist. Äh... Gehen wir aus der Schusslinie von den Bombern. Sehr gut. Dann rennen wir mal hier hinten rum. Unser Pio ist leider down. Da lassen wir uns aber gar nicht davon irritieren. Oh. Gott. Da hab ich veräumt, ey. Auch richtig. Gott, sind das viele. Gehen jetzt einfach hier außen rum. Normal kann ich die voll outplayen. Ich lauf jetzt einfach hier... Kont an denen vorbei. Geh jetzt einfach hier rein. Einmal. Wollen meine Bots hier mit reinkommen? Uh. Hast du mich erschreckt. Wo sind deine Kameraden? Hier nochmal auch. Das ist unsere. Feind. Äh... Okay. Kommt mal hierher. Wo ihr euch wieder sinnlos wegknallen lasst. Da unten kommt kleiner. Ich mag auch das Visier von der Luger. Das ist einfach... Weiß ich nicht. Einfach geil irgendwie. Ja. Komm mal hier rein, bevor du abgeknallt wirst. Dann haben wir die Runde nämlich gleich gewonnen. Wichtige aufstellen. Die Waffe. Das wäre auch witzig. Ich glaube, das haben wir gewonnen. Und? 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 Mit Platz zwei? Nehme ich auf jeden Fall. Wie sieht's aus? Oh, Feind. Haben. Sieg. Ja. Geile Runde auf jeden Fall. Ey. Schießt denn auf mich? Achso. Okay. So, was sagt denn das Scoreboard? Wir haben's auf jeden Fall auf Platz zwei geschafft. Das ist eigentlich... Das ist... Ja. Für die Gegner traurig. Für die Leute in meinem Team auch traurig. Dass ich mit Pistol only auf Platz zwei lande. Elfmal gestorben. 63 Kills. Kann man auf jeden Fall machen. Jetzt hab ich die Tabelle leider weggedrückt. Ich trottel. Aber im Großen und Ganzen war das echt ein gutes Ergebnis. Ich hätte nicht gedacht, dass die Runde so gut läuft. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch andere witzige Ideen habt. Wie gesagt, ein paar von damals hab ich jetzt noch auf der Liste. Und dann sieht man sich in der nächsten Folge. Haut da rein. Ciao.